Ist Thorsten Sträter, ich freue mich hier zu sein. Ich bin 48 Jahre alt und komme aus dem Ruhrgebiet. Genau, aus Dortmund. Ich möchte an dieser Stelle die Aufzeichnung gerne abbrechen. Wieso, ich meine, natürlich ist es nicht schön, in Dortmund aufzuwachsen. Sie haben letztendlich recht. Dortmund ist eine der ganz wenigen Städte, die damals im Krieg nicht bombardiert worden ist. Vermutlich, weil die Piloten aus dem Cockpit runter auf die Stadt schauten und sich dachten, oh, hier waren wir schon. Trotzdem bin ich da aufgewachsen und es war schön, ich bin ein bisschen unter widrigen Umständen aufgewachsen. Das ist der Mitleidsblock in dieser Darbietung und wir hatten nichts. Ich wollte diesen Satz immer, jetzt hören Sie auf. Ich hatte, wir hatten nicht mal Süßigkeiten. Nur Mettwurst und Leberwurst. Die grobe, die richtig grobe, die so grobe, dass man stellenweise noch das entsetzte Gesicht des Schweins erkennt. Konntest du sagen, die grobe, die machen sich kein Bild, es war wirklich grauenerregend. Und ich weiß nicht, was daran lustig sein soll. Meine Eltern haben zudem geraucht. Beide waren starke Raucher, es waren mehrere Schachtel und Zigaretten am Tag in der Drei-Zimmer-Wohnung. Aber in den 70ern, wir wussten es halt nicht besser. In der Wohnung rauchen, also ich kann meinen Vater bis heute nicht richtig beschreiben. Er ist so ein Nebelmann, der von Zimmer zu Zimmer geht. Vielleicht hat er Koteletten, ich weiß es nicht. Bis ich 15 war, dachte ich, von den Beatles gibt es ein gelbes Album. Ein verdammter Albtraum. Ich sollte, hören Sie auf. Und obwohl ich Dortmunder bin, und das wird uns zur ersten Geschichte bringen, obwohl ich Dortmunder bin und eigentlich alle Insignien und Vorzüge eines Dortmunders habe, kenne ich mich mit Fußball nicht aus. Ich bin ja wirklich ein Titan der Ahnungslosigkeit. Worüber ich natürlich was sagen kann, sind Frauen. Und das werde ich jetzt tun. Die erste Geschichte. Frauenfußball. Ich komme ja aus Dortmund, bin aber trotzdem einer, der sich so gar nicht mit Fußball auskennt. Oder Frauen. Bis jetzt bin doch immer ich derjenige gewesen, der verlassen wurde. Keine Ahnung warum. Frauen sind ein Rätsel. Dabei bin ich ein guter Typ. Meine Interessensgebiete lauten Philosophie und Ballerspiele. Meine Freundin findet beides doof. Klar, eins davon ist erwiesenermaßen verstörend, macht auf Dauer aggressiv und dumm im Kopf. Aber was ist das Problem mit Ballerspielen? Die führen zu Amokläufen, sagt sie. Und das ist natürlich Quatsch. Ich spiele Ballerspiele und ich neige deswegen keineswegs zu Amokläufen. Ich kenne überhaupt nur einen Typen, den ich erschießen würde, wenn ich dürfte. Ein ehemaliger Klassenkamerad. Aber der arbeitet mittlerweile im Baumarkt. Und wer schon mal im Baumarkt war, weiß, den finde ich da sowieso nicht. Also, Ballerspiele regen nicht zu Amokläufen an. Ich sehe auch gerne Filme mit Hundewelpen, aber deswegen kacke ich nicht auf eine Zeitung. Aber erklär das mal meiner Freundin. Ich tue zum Beispiel auch was für mein Hirn. Ich lese viel. Früher habe ich beispielsweise gedacht, im Buch Homo Faber geht es um schwule Bleistifte. Heute weiß ich, stimmt gar nicht. Anderes Beispiel. Die Freundin hat so chinesische Schriftzeichen tätowiert. Und da fragt man sich als philosophisch interessierter Mann. Natürlich. Ist es möglich, dass deutsche Tätowierer gar kein Chinesisch beherrschen? Vielleicht sind die chinesischen Schriftzeichen der Leute auf Rücken, Handgelenk und Nacken nur die chinesischen Schriftzeichen für Rücken, Handgelenk und Nacken. Oder mal andersrum. Wenn sich in Deutschland 100.000 Leute bedeutungsschwere und weise chinesische Schriftzeichen tätowieren lassen, gibt es dann vielleicht noch Millionen Chinesen mit deutschen Sätzen auf dem Rückgrat. Und sowas wie, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Oder Käse schließt den Magen. Ich weiß es nicht, denn ich behalte diese Überlegungen schön für mich. Denn meine Freundin fährt leicht aus der Haut. Genau wie neulich. Freundin und ich wohne in meinem Wagen. Das Radio lief, als sie plötzlich einen anderen Senderknopf drückte. Augenblicklich hörte ich so ungefähr folgendes. Großkreuz, Großkreuz, ja, läuft nach vorn. Wolfsburg-Manzur, Bänder, macht schön, ja, sauber, flink, passt, passt, ganz schön. Der Winkel sitzt, oh, Winkel sitzt, Reus schließt von hinten auf, schmelzt aber neben, Schussgerade, Gretsch von Lewandowski, Pfosten. Was sagt denn, sagte ich, das versteht doch keine Sau. Pst, sagte meine Freundin, das ist spannend. Das ist völlig unverständlich. Ja, für dich vielleicht. Naja, ich kann es mir jetzt halt bildlich nicht vorstellen. Fußball im Radio, sagte sie, das gibt es seit Jahrzehnten. Jetzt fängt bald wieder die Frauenfußball-WM an, da läuft das nur noch im Radio. Aha, dachte ich, Frauenfußball, auch noch. Ich musste Interesse zeigen. Du, Liebling, sagte ich, haben diese Fußballerinnen auch Hooligans? Bitte? Na so Hools, weibliche Hooligans, die sich vor jedem Spiel im Internet organisieren. Und die eine schreibt dann, sammeln uns vermummt vom Südeingang. Brigitte bringt diesmal den Blechkuchen mit. Du, du sexistischer Penner, sagte meine Freundin. Du hast von Fußball einfach kein Schimmer, Freundchen. Und zack, war sie wieder sauer. Ich musste was tun. Am nächsten Tag rief ich sie im Büro an. Liebling, sagte ich, heute Abend schönen Film, was knabbern, ganz romantisch. Hm, sagte sie, aber ich such den Film aus. Ja klar, sagte ich, was darf es denn sein? Sie überlegte kurz. Pretty Woman, sagte sie dann. Ihre Stimme hatte was lauerndes. Den wollte ich immer mal gucken, hab ich bis jetzt nie geschafft. Halb acht, Teelichter an, Schipps auf dem Tisch. Sie kuschelte sich auf das Sofa. Ich saß neben ihr, die Fernbedienung in der Hand. Sie sagte, was ist denn jetzt mit Pretty Woman? Ich nickte, legte die Fernbedienung weg und sagte, da, Vorstoß, Richard Gier hat sich verfahren. Gasse, Gasse, da, Bordscheinschwelle, Stretchheit, Ui, Ui, Bremsen, am Weg fahren, pass ins Neurel, Bademann, eine Note kriegt, hohe Ablöse, der Rest der Woche, das läuft. Verliebt, Shopping, Shopping, da kommt die Verkäuferin. Ui, böse Sache, Hure, traurig. Richard Gier tröstet, ja, trostvolle Breitseite, da, Missverständnis, voll reingeplankt, Note kann nach Hause gehen. Bums, Richard Gier, voll den strafreien Kuss, Kuss, Gier versinkt, Große, liebe der Pfosten, Abwiff. Sie sieht mich lange an. War schön, oder? Frag ich. Oder fandst du das jetzt irgendwie unverständlich? Sie sagte nichts. Sah wütend aus. Hm, dachte ich mir an. Jetzt kann es ja nicht gelegen haben. Und dann dachte ich, huch, sie war doch nicht noch sauer wegen der Sexsache neulich, als sie mich in Dessous fragte und das mit so einer gurrenden Stimme, ob sie für mich tanzen soll. Und ich sagte natürlich, oh ja. Und sie legte dann los. Und ich dachte mir, sexy, wirklich sexy. Aber so ohne Musik. Und dann machte ich... Danach lief der Abend irgendwie aus dem Ruder. Naja, wie gesagt, bis jetzt bin immer noch ich derjenige gewesen, der verlassen wurde. Diesmal auch. Und ich hatte immer wieder keine Ahnung, warum eigentlich. Dankeschön. Danke. Ist natürlich Quatsch, Sie haben es gemerkt, ich habe nicht die geringste Ahnung von Frauen. Ich lerne auch keine Damen mehr kennen. Das ist eigentlich Kokolores, ich bin jetzt 48 Jahre alt, der Luck ist ab. Und wenn ich jemanden kennenlerne, ich schaffe das auch nicht mehr diese Gespräche zu führen, die man da üblicherweise, Sie wissen schon, wo die Frau sagt, ich bin so eine zum Pferdestehlen. Wenn ein Pferd braucht, kaufe ich mir eins, weißt du, da passiert einfach nichts mehr und trotzdem habe ich einen Sohn, mein ganzer Stolz, also das kann man ja ruhig mal erzählen, das ist ja immerhin die Wahrheit und die Wahrheit ist tatsächlich auch, ja, ich spiele Ballerspiele, das stimmt tatsächlich, aus Entspannungsgründen. Das ist tatsächlich nicht schlimm, ich sitze da vor meiner Couch und spiele Ballerspiele, auf so einem Beamer, 4,20 Meter, Bildschirmdiagonale und ja, ich trage Tarnkleidung dabei, warum nicht? Ja, aus braunem Samt mit Seeschlitz, weil meine Couch ist aus braunem Samt, mein Sohn, ja hören Sie doch erstmal zu. Mein Sohn kommt immer rein, Papa und ich so, ja hier, das ist, Sie müssten dabei sein, ich kann es Ihnen nicht erklären, ansonsten verbringe ich meine Zeit eigentlich vollkommen normal, ruhig und gesittet, ich gehe nicht mal viel aus dem Haus, also ich bin viel zu Hause, eher so der häusliche Typ und damit Sie mir das glauben, habe ich Ihnen mal einen beliebigen Wochentag aufgelistet. Sie laufen verhältnismäßig gleichtönig bei mir ab, wie das wohl bei vielen von uns ist und hier, als folgende Geschichte, ein Wochentag, nehmen wir ruhig mal den Dienstag. Dienstag, 8 Uhr morgens, der Tag türmt sich auf, Kaffee, 8 Uhr 2, Filtertüten sind alle, ein weiter Leben scheint undenkbar, warum gibt es da keinen Alarmmechanismus, bei Zigarettenpapier geht das doch auch, da kommt irgendwann andersfarbiges Blättchen, das mahnt, wir sind alle, geht zum Kiosk, Honk. Warum also keine brüllgelbe Filtertüte, vielleicht mit einem dieser aus Geburtstagskarten bekannten Mikrochips, die Melodien spielen können, zum Beispiel The End von Endoors oder alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, was weiß ich. Tja, weil es bei mir einfach nicht klappen würde, was ich morgens tue, geschieht unter absolutem geistigen Notstrom, da könnte ein rasierter Nasenbär im Wohnzimmer sitzen und sagen, morgen, Bock auf eine runde Doppelkopp, ich würde nicken, ins Bad gehen und ihn sofort für immer vergessen. Es ist gut möglich, dass ich den Sauerbraten erfunden oder Norderney entdeckt habe, wenn das morgens war, werde ich es nie erfahren, wie soll ich da an Filtertüten denken? Acht Uhr zweiunddreißig. Wenn man Kaffee ohne Filtertüte aufbrüht, ist er wesentlich würziger. Dafür hat er, ja, steht hier so, dafür hat er die Konsistenz von Torf. Das erspart mir immerhin das Müsli. Da bin ich ohnehin von weg, denn wir müssen uns ja fragen, warum wurde Gustl Mollat jahrelang in der Klapse festgehalten, während der Seitenbacher-Mann auf freiem Fuß ist. Es ist mir... Wissen Sie, der Punkt ist gar nicht, dass ich mich über den Seitenbacher-Mann lustig machen will oder so. Das liegt mir fern. Ich habe einfach Angst vor ihm. Mythen und Gerüchte kursieren. Man sagt, der Seitenbacher-Mann fährt einen goldfarbenen Benz und hört Ace of Base. Man sagt, auch jeder Löffel Seitenbacher-Müsli, den wir essen, hatte er schon mal im Mund. Man sagt, wenn man um Mitternacht vorm Spiegel dreimal seinen Namen sagt, stirbt in Koblenz eine Nonne an Verstopfung. Das ist vielleicht alles totaler Kokolores, aber trotzdem. Diese von Seitenbacher gebellten Radiospots finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich finde, ernährungsbedingt gut kacken zu können, darf nicht die Entschuldigung für alles sein. 8.47 Uhr. Es klingelt. Mein Nachbar. Er ist Polizist und ziemlich nett. Zudem ein Familienmensch. Seine Großmutter wohnt bei ihm im Obergeschoss. Es ist ein Generationenhaus. Immer ist jemand daheim. Deswegen werden da meine Pakete abgegeben. Früher kam der Paketbote zu mir, aber 2009 öffnete ich mal nackt und rief, weil mir die Formulierung Guten Morgen entfallen war, Kikeriki. Und ein Mann, der mit nackten Pillenmann kräht, ist nicht despoten Wunschkandidat. Also geht das Zeug seitdem nach nebenan und mein Freund, der Polizist, bringt's rüber. Täglich. Ich bestelle dafür aber auch nur Sachen, die ich wirklich dringend brauche. Zum Beispiel der Schrecken vom Amazonas. USB-Sticks oder Lampenschirme mit Wurstmotiv. Ich öffne ihm. Morgen, sag ich, dann nehme ich ihm das riesige Paket ab. Es enthält zum einen den Motivkalender Brot 2015 mit sehr beruhigenden Bildern von Broten. Zum anderen einen Hochdruckreiniger. So was wollte ich immer mal haben. Torsten, sagt mein Nachbar, ich hab die Schnauze voll von dem Scheiß hier. Dein Leben hat keine Struktur. Du konsumierst nur. Kaufst du so viel Zeug, weil du einsam bist? Ich bin nicht einsam, sag ich, du besuchst mich ja täglich. Alter, sagt er, hol dir ein Haustier oder geh mal ins Theater und hör auf, irgendwelchen Mist zu bestellen. 9.12 Uhr. Der Hochdruckreiniger ist aufgebaut. Wie lange dauerte es täglich, sich mit deinem Lappen das Gesicht zu waschen? Minuten. Ab jetzt wird Zeit gespart. Ich schäume mich mit einer milden Seife ein und richte dann den Wasserfächer des Hochdruckreinigers auf mein Gesicht. 9.13 Uhr. Erste Eindrücke. Eins, mein Gesicht ist sehr sauber. Zwei, die Wand hinter mir hat keine Tapete mehr. Drei, die Reinigung kann man als unangenehm beschreiben. Vier, man wirkt irgendwie unvollständig ohne Augenbrauen. 9.22 Uhr. Ich teste den Hochdruckreiniger in der Einfahrt und sehe plötzlich aus den Augenwinkeln, dass etwas an meiner Autotür hängt. Eine Art Visitenkarte. Sie ist enorm bunt. Darauf steht, wir kaufen ihr Auto. Heute, morgen, jederzeit. Anruf genügt, wir zahlen bar. Darunter eine Mobilfunknummer. Ja, sicher, denke ich, denen verkaufe ich auf jeden Fall mein Auto. Wer für eine Pappkarte alle Farbpatronen leer knallt, ist bestimmt ein großzügiger Charakter. Da rufe ich doch sofort an. Nach dem achten Klingeln höre ich eine übel gelaunte Stimme. Was ist? Morgen, sage ich, ist da die Kfz-Hütte, die nachts Deppen losschickt, um widerrechtlich ihre Harlekin-Botschaften an anderer Leuts Autos zu klemmen. Man hört den Typen lange denken. Dann sagt er, nee, 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 wir kaufen und verkaufen nur andere Sachen. Aha, sage ich, was denn so? Alles. Wie alles? Ja, alles. Mir fällt ein, was mein Nachbar sagte. Thorsten, besorg dir ein Haustier. Sagen Sie, frage ich, verdicken Sie auch Reptilien? 11.49 Uhr. Wissen Sie, wie lange eine Spülmaschine benötigt, um ihr Geschirr sauber zu kriegen? Lange. Wenn Sie allerdings einen Hochdruckreiniger besitzen, schrumpft diese Zeit auf ein Minimum. Folgerichtig verteile ich Löffel, Gabel, Messer und Teller auf der Wiese im Garten. Ich betröpfle alles mit Spüli. Dann stelle ich den Hochdruckreiniger auf Maximum. Schwer zu beschreiben, was dann geschieht. Es ist wie Magie. In Hart. 13.44 Uhr. Es klingelt. Blitzartig aus dem Karton und ins Haus meines Nachbarn. Nach knapp acht Sekunden findet die Evakuierung statt. Ich gehe dann auch mal interessiert vor die Tür. Auf der Wiese erscheinen panisch der Polizist, die Großmutter, dahinter das Krokodil. Eine Erinnerung aus meiner Kindheit entsteht vor meinem geistigen Auge. Also rufe ich sehr laut. Tri, tra, trulala. Sie hätten es doch auch gemacht. Mein Nachbar eröffnet das Feuer. Der Südländer geht in Deckung. Ich suche Feuerschutz in meinem Wagen. Ich betätige die Zündung. Das Radio geht zeitgleich an. Großmutter, Polizist und Krokodil bewegen sich zügig auf mich zu. Im Radio, sagt der Moderator. Einen Warnhinweis. Vorsicht auf der A2 Höhe Dortmund. Da liegt Besteck auf der Fahrbahn. Dann. Tut mir leid, ich amüsiere mich heute auch. Da machst du nix. Dann kommt auch schon die Seitenbacher Werbung. Alle weichen wie vom Donner gerührt zurück. Sogar das Krokodil. Ich flüchte ins Haus. 17.22 Uhr. Ich sehe sporadisch aus dem Fenster. Ich glaube, mein Nachbar hat Gesprächsbedarf. Allein mir fehlt die Zeit. Vor meiner Haustür faucht das Krokodil. Und ich muss es alle paar Minuten mit dem Hochdruckreiniger befeuchten. Natürlich durch den Briefschlitz. Ich bin ja nicht bescheuert. Was hat der Nachbar überhaupt? Allzu sauer kann er ja wohl nicht sein. Das mit dem Haustier habe ich immerhin versucht. Und im Theater war ich ja im Prinzip auch irgendwie. Naja. Vielleicht müssen wir echt mal quatschen. Beim Kaffee oder so. Ich müsste alles da haben. Dankeschön. Merken Sie, dass die angenehme Wärme jetzt doch eingesickert ist? Sie können das im Prinzip nur toppen, indem Sie eine Mütze aufsetzen. Sie können sich das nicht vorstellen. Mein Gehirn fällt in großen Teilen aus. Aber ich trage es eigentlich, damit mir der Schweiß nicht ins Gesicht läuft. Wissen Sie, als ich das erste Mal zu lesen begann, saß in der ersten Reihe ein älteres Ehepaar und ich hörte mittendrin genau, wie sie sagte, Udo, tu doch was, der Mann da stirbt. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich geschwitzt habe. Dann habe ich mit Mütze angefangen und ich kann Ihnen jetzt berichten, sie ist bereits halb voll. Ich bin fertig mit der Welt. Das ist aber auch nicht schlimm, denn in diesem kleinen Tryptichon des Humors und der guten Laune muss ich Ihnen sagen, dass ich natürlich nicht wie ein Bekloppte im Internet bestelle und einkaufe. Vielmehr verweigere ich mich sogar weitestgehend dem Konsum. Ich brauche das alles nicht. Das sollte Ihnen übrigens genauso gehen. Jetzt ist wieder ein neues iPhone rausgekommen oder kommt raus oder ist raus. Sechste Generation mittlerweile, immer noch kein Flaschenöffner dran. Ich weiß nicht, was mit den Jungs da nicht stimmt. Wir brauchen, das stimmt doch wirklich, oder? Smartphones, was soll das? Meine Mutter hat mir früher gesagt, pack mit den Fingern nicht auf die Scheibe und jetzt alle so, äh, ist egal, kommen Sie, ich will nicht abschweifen. Wir brauchen alle und das ist der einzige Teil von Systemkritik, der in diesem kleinen Teil hier enthalten ist. Niemand von uns benötigt ein Smartphone oder sowas. Das ist alles Quatsch. Denn letztendlich können wir alle, egal ob Sie 16 sind oder 97, SMS verschicken so viele, wie wir wollen. Deutschlandweit. Ohne Vertragsbindung. Ohne Mobilfunkanbieter. Ohne Handy. Beherzigen Sie das bitte, was ich Ihnen jetzt mitgebe. Gehen Sie einfach mal zu Ihrer Bank, überweisen Sie dem Kollegen einen Cent und in das Feld Verwendungszweck schreiben Sie die Nachricht. Also so, Udo Altenwämser, nächsten Dienstag Kegel, geht mal laut und grüßt die Ute. Das Ja, schicken Sie es raus. Antwort dauert ein bisschen, aber Ihre Bank macht sich mal nützlich. Machen Sie es wirklich mal, Sie gehen ganz anders an Ausdrucksdrucker dran. Guck mal, die Ute hat geschrieben. Schreib, schreib, schreib. Wirklich. Überweisen Sie Finanzen an 50 Cent. Schreiben Sie rein, Kuckuck, Ihr Räuber. Was, das wird super. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Leider muss ich Ihnen sagen, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe meinem Bruder mal 50 Euro fürs Tanken geliehen und er überwies mir die zurück. Im Feld Verwendungszweck für sexuelle Gefälligkeiten. Ein Idiot. Er hat es tatsächlich gemacht. Trotzdem möchte ich es Ihnen als Tipp weitergeben. Was ich sagen will, ist an sich, sollten wir es uns leicht machen. Man sollte das Leben einigermaßen leicht nehmen. Ich finde auch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Egal wie alt Sie sind, Sie können immer noch was bringen. Aber manchmal ist es halt einfach nicht so leicht. Und die letzte Geschichte, die ich Ihnen vorlesen will, ist ziemlich wahr. Im Prinzip ist sie zu wahr für meinen Geschmack, aber ich habe ja nun die Regeln nicht gemacht. Hören Sie zu, das ist meine letzte Geschichte. Ich fand es schön, dass Sie da waren. Sie bleiben ja auch noch im Moment. Sie sind ein tolles Publikum, umgeachtet dessen, was die anderen so sagen. Vielen Dank. Depressionstagebuch. Guten Tag, ich habe Depressionen. Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich bin ein völlig normaler Typ. Obwohl dafür, dass ich gelegentlich depressiv bin, backe ich aber auch erst reine Waffeln. Mitleid ist also völlig unangebracht. Mich stört nicht mal, dass manche Leute Depressionen mit dem sogenannten Scheiße-Drauf-Sein verwechseln. Wir können das trotzdem kurz klären. Scheiße-Drauf-Sein ist wie ein Tatort mit den Muppets. Nicht das Gelbe vom Ei, geht aber vorbei. Depressionen hingegen sind wie alle drei Teile Herr der Ringe. In Zeitlupe. Mit Jean-Claude Van Damme als Gandalf. Und Musik von Andrea Berg. Sie sehen den Unterschied. Gemerkt habe ich das übrigens, weil ich privat irgendwann nichts mehr geregelt gekriegt habe. Ich bin privat ohnehin nur mittelfröhlich. Also keiner, der generell vor Lebensfreude beim Kacken Piraten-Lieder singt. Ich mag die Metapher auch. Aber ich habe auch so keine großen Probleme an sich. Nicht mal mit dem Älterwerden. Also ich möchte gerne so alt werden, wie es geht. Ich habe nur Angst davor, eines Morgens aufzuwachen, eine Korthose anzuhaben. Dann ist es wirklich vorbei. Aber das ist wie gesagt. Depressionen. Ich habe viel geweint in der Zeit meiner Depressionen. Das ist auch grundsätzlich vollkommen okay. Wenn auch nicht bei Filmen wie im Land der Raketenwürmer. Ich bin einmal zum Arzt gegangen. Der Doktor. Wad ich's mit Gesprächstherapie? Ich? Mach ich doch. Und die Leute zahlen Eintritt. Er. Aha. Ja, sag ich. Außerdem höre ich Johnny Cash. Da ist eigentlich alles drin. Er verschrieb mir dann Antidepressiva. Aber ich habe bis heute nicht verstanden, warum Tabletten dieser Art so hochkomplizierte Namen haben. Da sind 5X drin, 2A, dann gerne noch ein X. Und am Ende des Wortes auf Minfin oder Rintintin jedenfalls nicht auszusprechen. Warum nicht einfach Lutz? Gehirn Drops. Vermutlich aus dem gleichen Grund, aus dem Darth Vader nicht Peppi Pupsnase heißt. Der Name soll klar machen, du steckst in Schwierigkeiten, Kollege. Das bringt uns zum Thema Nebenwirkungen. Auf dem 4 Meter langen Beipackzettel stand sinngemäß folgendes. Nebenwirkungen. Häufig. Läufig. Ne, stand da nicht. Ich wollte mein Gedicht noch. Häufig. Bitte, lassen Sie. Häufig. Häufig. Trokener Mund, Schwindel, Herzrasen und interessanterweise Depressionen. Das war natürlich cool, dachte ich. Da war ich ja mal gespannt, ob ich diese Depressionen als Nebenwirkungen erkennen oder für normale Depressionen halten würde. Viele Menschen denken dann bestimmt, scheiße, die Tabletten wirken nicht, aber die wirken natürlich super. Wegen der Nebenwirkungsdepression merkst du davon aber nichts. Das ist wie mit dem Auto durch die Waschanlage fahren und wenn du hinten rausfährst, steht da ein Mann, der kippt dir lächelt, so eine Schippe Dreck auf die Karre und sagt, der könnte auch mal wieder gewaschen werden. So, naja, seltene Nebenwirkungen. Schweißfüße, Darmsausen und Müdigkeit, aber unerklärliches Wachbleiben bei Wetten, dass krass selten, krass selten, Koma und die absolut realistisch wirkende Manifestation von Disney-Figuren, die meist sehr niedlich sind und Haushaltstipps geben. Seltsamerweise hatte ich erstmal kaum Nebenwirkungen bis auf den Schwindel, das ist geradezu typisch. Gerade auf dem Jahrmarkt fiel es doch sehr ins Auge, Stichwort Kettenkarussell. Mein Freund Tobi war Gott sei Dank dabei und ich schrie ihm zu, dass das ja, wo man eine Drecksidee sei, das hätte man sich ja denken können, dass einen dieser Rasrei im Kreis bekloppt macht, falls die Tabletten überhaupt schuld sind, ist aber auch scheißegal. Tobi, stopp das verdammte Ding! Tobi sagte, Thorsten, wir stehen noch an der Kasse, aber nach und nach wirken die Tabletten, obwohl sie ziemlich niedrig dosiert waren. Nur einmal nahm ich zwei gleichzeitig mit einem großen Bier und deswegen sei ich den gesamten Auftritt, den ich in Schmallenberg im Saurand absolvierte, ein Tier neben mir sitzen und es sprach, Hola, ich bin der gestiefelte Kater. Wachsflecken entfernt man aus Tischtüchern, indem man beim Bügel Löschpapier unterlegt. Schönen Dank, sagte ich. Naja, vielleicht war der Kater auch echt und ich hab mir Schmallenberg nur eingebildet, ist auch egal, denn jeden Tag wurde es etwas besser. Ich glaube, dass es wichtig ist, Dinge zu haben, die einem Spaß bereiten. Man braucht etwas zum Gegenhalten. Ich zum Beispiel nehme jetzt gerade in Eigenregie den Dierke-Weltatlas als Hörbuch auf. Erstes Kapitel ist bereits fertig. Hier ein Auszug. Beige, beige, Sand vermutlich, braun dazwischen, derbe braun, obenrum Wasser, also blau, 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 gezackte Linien, blau, Äquator, Gesumse, Bumseite zu Ende. Ist auch egal gerade. Mir geht es schon sehr viel besser. Mittlerweile leiden die Depressionen unter mir. Ich habe auch viel aus Ihnen gelernt, auf mich zu achten zum Beispiel. Und wie Sie sehen, darüber zu sprechen. Und ganz wichtig, angelaufenes Silberbesteck wird wieder glänzend, wenn man es mit Zahnpasta poliert. Sagt der gestiefelte Katerer. Wer hätte das gedacht? Vielen Dank. Schönen Abend.